Hallo, ich heiße Linda Albers, ich bin acht Jahre alt und ich teste Girl It von Probierpionier. Also das hier ist das Blatt. Und ja, also ich habe das in so einem Paket bekommen. Also Girl It von Mädchen für Mädchen. So sieht das aus. Ja, und dafür habe ich so einen, ja, wie soll ich sagen, Ordner gekriegt. Da ist so, also das war nicht im Ordner. Den Ordner musste ich auch selbst zusammen machen. Und ja, und da habe ich so ein Magazin gekriegt. Also von Mädchen für Mädchen. Ja, so sieht das aus. So, dann habe ich noch so ein Tippbuch. Das heißt, es macht Spaß ein Mädchen zu sein. Super Tipps, lecker Rezept und tolles Styling. So. Ja, da habe ich noch so ein Buch bekommen. Mette, Finn, der Rupp, Emi. Ja, da ist so ein cooles Bild drauf und so. Ja, und dann habe ich hier noch so einen Brief. Ja, so ein Brief. Ähm, da sind Stickers. Einen habe ich schon mal benutzt. Ja, und ich wollte euch zeigen, wie das mal geht. Also, hier habe ich schon von Linda für Lara geschrieben. Ja, und dann muss ich das nur so abheißen. So. So. Und dann kann ich das. Einen Moment. Also so. Ich mache das. Erst knicken. So. 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 Und nochmal. So. Bis das so aussieht. Dann nochmal diese. Noch einmal. So. Ja. Bis das dann einmal so ist, dann müsst ihr noch das hier oben so machen. Dann könnt ihr noch einen Sticker holen. Ich nehme jetzt mal so einen Vogel. Ja, und den dann zu kleben. Ja, und so sieht dann das Ganze aus. Das ist ein kleiner Brief. Ja, und den kann man so aufmachen. Also, ich finde das echt toll. Ja, und dann habe ich noch etwas. Das wollte ich auch noch einmal zeigen. Aber hat nichts mehr mit dem zu tun. Also, das ist so ein kleines Schminkset. So. In einer Kawelle. Und das sieht so aus. Mit Spiegel. Und hier. Also, das ist jetzt kein Puder oder so. Das ist diese Creme. Also, das hier ist Lipgloss. Das hier ist Lipgloss. Und das hier ist für die Augen. Ja. Und... Also, ich finde diese Sachen cool. Und es ist... Also, ich finde es super. Also, mir hat es gefallen, diese Sachen zu testen. Ja. Ich bin auch sehr froh, dass ich die testen darf. Ja. Also, gleich zeige ich nochmal alles. Ja, und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ihr euch das angeguckt habt. Und ich bin sehr froh, wenn ihr mir noch in die Kommentare schreibt. So, jetzt zeige ich nochmal alles. Also... Das hier ist das Papier. Das ist die... die uns nicht erlaubt. Also... Also... Und... Das ist eigentlich nur für Mädchen. Aber... Ja. Hm. Das hier ist das Paket. Das hier ist das Magazine. Hier. Hier ist Justin... Hier ist Justin Bieber. Ja. Ja. Das hier ist das Buch. Das hier ist nochmal der Ordner. Das hier ist... Ja. Also, diese... Buchtipps. Die Mädchen. Und das hier ist das. Und da gibt es noch so eins. Also, die Anleitung. Da habe ich gerade drauf geguckt. So. Und dann gibt es... Also, das hier ist das. Die Verpackung von diesem Make-up. Hier sieht man auch. Creme. 12 Milliliter. Oder so. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und danke, dass ihr zugeguckt habt. Und... Tschüss. Nicht in Jesus beeIND. Och ganz Advis. Für mich. Fuß zufass. came zusammen. fiindring, Eh matrix.